Ok, also ich call jetzt mal Ich call nochmal Rechts von dir, Elsch Schön Ja, spielt Kronos, passt auf, der spielt Kronos Bin aber besser, Digga Oh, Digga, Robin, Digga, schön gemacht Ey, aber ok, wir müssen aber beim Bandit aufpassen, Digga Kronos spielt Kronos Ja, Digga, aber dieser Bandit ist traurig Traurig, dass er dich, als du durchgerannt bist, nicht angeht Achim? Hast du noch ne Nomata? Schön Oh, stark Ich droh nochmal, Bro Ich hab zwei Drohnen, also beide ums Warte Bei welcher spielt glaube ich Mute, ne? Oder was das war Bei der A-Bombe Hinter, hinter der A-Bombe ist eine gewesen, Rad Ja, ich spiel Hinter der A-Bombe ist eine gewesen, Rad Stronen Ja, Closed A Hier ist jetzt ne Nomata-Fall, ne? Hier ist jetzt ne Nomata-Fall, ne? Swag auf der B Hast du ne Nomata-Fall hier gemacht? Ne, bei der DOR のは 았어 ₙ Ah Da ist es amret PhD Ich gehe da so viel hinz BKS Robin! BKS Robin! BKS Robin, Digga! Was ist dein Mitspieler, Junge? Get fucked, Digga! Jungs, mit was spielt ihr hier, Digga? Ich bin ne Maschine, Digga! BAM 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 Ja ja bitte BAM 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 DIGGA hab ich gerade an der Linie DIGGA BAM Mann ich würd mich ja auch freuen aber ich sterb die ganze Zeit immer von den leichten Spots man wie vorhin Weil du scheiße bist Was? Nein DIGGA weil mich keiner abhamet Ich spiel ich spiel ich spiel so vor euch und sterb aber Nee Jungs küsst doch bitte alle mein Herz Jungs sagt's mir doch DIGGA Ich will nochmal sagen ich ne geiles Schuld für den Norman's Rap DIGGA wie wie gut bin ich in dem spiel Ja alles gut DIGGA ich bin einfach nur so sauer dass keine Ahnung was da passiert ist von mir nicht ausgelöst ist oder so war Es kann doch nicht sein dass ich DIGGA Jungs wie ärgern sich die Kinder gerade von 1 bis 10 Callt mal bitte Aber richtig gut Jungs das ist nicht nur haben wir gewonnen sondern die sind jetzt auch richtig sauer DIGGA Hier schreien gerade alle Elam 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 warum piekst du du Hurensohn Elam Ich bin richtig sauer War ich der einzige der noch gelebt hat oder Let's go DIGGA Aber nicht über mit den Jungs wir holen das jetzt Ich halte hinten Karoka Ne ich bin lost Keine Ahnung wie der Raum Ich kenn nicht einen Raum hier auf der Map Ich mach die Camps kaputt die werden wieder drohen wie ich schwänze Oh mein Herz DIGGA Ich bin zu alt für sowas Ich hab's so verkackt Einer rappelt bei wo wir gebreached haben Kann jemand in den Camps gehen? Ey das kann nicht sein Termite Original 1 AP Na gut Oh Jungs Lasst euch da nicht so rausziehen Ja 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 Ich bin gepusht glaube ich Denker Ich hab der Camp Camp richtig termite ist one hit habt ihr die trommelcam noch? ich glaub's ja ich weiß aber nicht äh nee karaokas keiner einfach nicht picken habt ihr die trommelcam noch? die sind geisha geisha und karaokas windows ich pege einfach nicht du kannst ja callen nicht pingen 40 seconds der breached ich weiß aber nicht wo karaokas breached die sind geisha peck dich peck dich warte die müssen planten die müssen planten die sind geisha der breached schau mal mit einem ap ja der batterie gestorben aber er hat aber er wollte mich damit die damit wird die batterie gestorben lassen wäre durch eine bandit batterie gestorben jungs ich weiß nicht welcher raum das ist aber wo haben wir von gebiet in den raum will ich rein ich mache ich bin wenn ihr mir ein bisschen ruhe gibt willst du wirklich frau stream brauchen vielleicht die nein nein frau ist schon gar nicht gar nicht los was du boxt mich ich boxt sich alter wie redest du mit mir ist mir egal ob ich die runde gewinnt oder verlieren ich habe einfach heute zwei runden geklatscht auf fucking skyscraper digga also jetzt kann mir niemand mehr nehmen dass ich gut bin nein hat jemand so eine kugelsichere cam nein das ist stark die die ganze wand wo die jäger verstärken muss zu Kann der mal in Trommelcam gehen und mir callen, wenn jemand kommt? Bitte Haben den A's? Jogi, ich geh mal kurz Spielchat, ja? Amaro Amaro dead Hier ist einer Robin, spring aus dem Fenster neben dir, spring aus dem Fenster neben dir Robin, los, ja? Was? Da war niemand Ich hab glaub ich gejoked, sorry, hab keine Ahnung Zwei Ace-Datungen weg Jungs, zwei Ace-Datungen weg Bridge geht nicht auf Bridge geht auch nicht auf, safe Hab ich Ja, Stark, ich spät runter, ruhig, 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 ruhig Zwei Shotgunn jetzt Äh, am Window Half-Life Ich hör jetzt, pegt nicht, pegt nicht Die werden eh zwei Minuten abämmen, also peckt das nicht Set in a Activate sightseeing Geht jemand cams in rum? Los, hier vorne hat einer einen, der da pickt Pick ich auch nicht gegen Ich bin die ganze Zeit cams Er, unten ist einer Ich hab'n piech hier ist einer ich hab den unten schön letzter am window gewesen wirf Pokébälle wirf Pokébälle Robin wirf da Pokébälle hin was denn Digga ich dachte du redest mit jemand anders Digga ich hab 2 Tom Hight Ladungen und eine Ace Ladung gedocht Digga ich hab einfach 2 Runden geklatscht ich bin so stolz auf mich Digga es war so eine wilde Runde aber was habt ihr gegen jetzt am Ende gemacht Digga ich hab's einfach nicht gecheckt Digga da waren welche Dier und die haben irgendwie am Ende ja Digga die waren richtig schlecht Digga das meine ich Digga du kannst Digga du kannst auch gegen Champions Spiel oder so spielen aber manchmal sind es halt Sports und manchmal Pros Digga die hatten